Ich sehe psychedelische Drugs als Technologien. Es sind einfach verschiedene Werte, um dein Gehirn zu aktivieren. Timothy Leary, Getting High on Hightech. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass Timothy Leary für Lyrics nach Dortmund gekommen ist. Nun bist du besonders bekannt geworden als Vater der Hippie-Bewegung und als LSD-Professor. Wie ist das? Hast du da auf deinen eigenen Willen verzichtet? Nein, aber keineswegs. Ich bin ein Pilot des Rausches, ein Lotse des Rauschen des Rausches und ein Lotse des freien Willen. Okay. Nimmst du denn immer noch LSD? Ich nehme alles, was so kommt, das mir dazu hilft, dass ich meinen Geist ein wenig bewegen kann. Du hast hier in Deutschland ein neues Wort kennengelernt, das Wort Rausch. Du kannst es ja schon ganz gut. Im Englischen gibt es da, glaube ich, keine Entsprechung. Rausch! Du nimmst es mit nach Amerika, das Wort. Wir haben zahlreiche Wörter für Rausch, Ekstase, Erhellung, Erleuchtung, Vision, Verschobenes Bewusstsein, Prophezeiung, dann natürlich die Voodoo-Tradition. Aber das beste Wort, um es alles zusammen zu verfassen, kommt aus dem Mutterland des Gehirns aus Deutschland. Wir haben vorhin Christoph Derschau kennengelernt. Er hat vor drei Jahren den Laufrausch entdeckt. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was passiert, wenn du läufst, wenn du Marathon läufst. Du bist vor wenigen Tagen den Hanse-Marathon gelaufen. Was passiert in so einem Lauf in dir? Also die Marathonlauferei ist eigentlich eine Ausnahme. Das Interessante ist, nach Möglichkeit, jeden Tag zu laufen. Jeden Tag irgendwie zu versuchen, einig zu werden mit dem Körper. Das ist eine Sache, die mich unerhört fasziniert, die mir den Kopf frei macht für Poesie, die mir manchmal auch den Kopf verengt für Poesie. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, Sachen zu sehen, die ich früher nur unter sehr schwierigen Bedingungen sehen konnte. Nämlich zum Beispiel, indem ich Drogen genommen habe oder Alkohol getrunken habe. Die du heute nicht mehr nimmst? Nimm ich heute nicht mehr. Roland, deinen ersten Rausch, wann hast du den gehabt? Ich denke, da war das vor recht langer Zeit. Ich war in einem sehr sonderbaren Zustand, in einem sehr sonderbaren Augenblick. Meine Mutter säugte mich nicht mehr. Und ich habe das Erste, was ich finden konnte, stattdessen genommen, nämlich meinen Daumen. Und es hat mir einen solchen Rausch verbetönt, dass ich gleich mich entschloss, warum soll ich nicht die anderen Finger auch noch nehmen? Roland, wenn ich dir einen von drei Wünschen erfüllen könnte, entweder mit dem Ballon zum Mond zu fahren, natürlich ist in dem Ballon, in der Gondel dann eine Bar mit allen Getränken, die du haben willst. Oder als Rodi den Papst auf seiner nächsten Tour zu begleiten. Oder ein Pilzessen auf der Venus. Was würdest du dir wünschen? Ich kann diese Frage, muss ich sagen, nicht beantworten, denn mein Übersetzer ist betrunken. Er beleidigt mich. Und wie kann er das wohl tun? Timothy Leary, du hast einen neuen Rausch für dich entdeckt. Ich bitte dich, uns den jetzt zu demonstrieren. Hallo. Ich bin froh, in Deutschland. Ich bin froh, in Deutschland. Ich bin froh, in Deutschland. Denn, als ich gesagt habe, Deutschland ist die Mutterland der Rausch. Modern Rausch started in Germany about 1900, when three great philosophers developed a theory of the universe of Rausch. I'm talking about quantum physics. It happened right here in Germany. First, there was Max Planck. Max Planck said that this solid world of Newton was an illusion, and that the real reality was quantum bits off on electrons flashing in clusters of probability, and there's no solid reality. Now, is that Rausch? That's Rausch. Then my friend Albert Einstein said, There's no absolute space-time. I see you, but I'm moving. You're moving. You see me. It's total relativity. And then Werner Heisenberg. Werner Heisenberg blew it all up into Rausch. He was a master of Rausch. He said, What I see depends upon my sense organs, and my instruments, and my mind. For example, there's a drop of red. The alcoholic says, Ah, it's wine. The painter says, No, it's red paint. The doctor says, Ah, it looks like blood. It all depends on your viewpoint. Imagine a farmer, a German farmer. We'll call him Herr Bauer. 1900. He's sitting in his farmhouse. Frau Bauer, his wife. He reads in the paper, Einstein says that everything is relative. Oh, Frau Bauer. She says, No, it's impossible. How can we persuade Frau Bauer and Herr Bauer to feel comfortable in the reality of quantum physics? Okay. We start with the I. The modern painters, the painters of the roaring 20th century, have all been painters of Rauch, Picasso, Dali, Matisse, Montréal, Impressionism. Impressionism takes away the reality and gives you sheets of color. Expressionism is pure, pure Heisenberg. I create my own reality. You create yours. Salvador Dali. Ah. Salvador Dali reads Einstein. There's no absolute space-time. Persistence of memory. He has the watches. Moving. Relativity. That's pure Einsteinian quantum physics. Rauch. Okay. Then, the mind, the writers, the poets, your great poets in Germany, Hermann Hesse, Holderen, Novalis, they all took the solid word of grammar and changed it into Rauch. Then, for the year, for the year, oh yeah, how about the great Latin poets, Borges, Rauch, South American, Miguel, he knows about Rauch. And the champion, Jack Dupre. Jack told me last night, the marching music in America before jazz, Eins, zwei, drei, vier, la, and then jazz. It's all quantum physics. Heisenberg takes his saxophone and he creates a new rhythm. There's Einstein on piano. Yeah. Improvisation. They never play the same thing again and it's all their own Rauch. Okay. But we need an instrument. We need a machine of Rauch. Radio is a machine of Rauch. It's magic. Quantum waves up there around the farmhouse and Herr Bauer dials different kinds of reality. He changes channels. Imagine Herr Bauer and Frau Bauer get dressed and they go to a big temple where they watch a flat screen like that. Who would believe that Frau Bauer would believe in the Rauch reality of a movie? Frau Bauer loves to see Clark Gable. Herr Bauer likes to see Marlena Dethrich. Yeah. Now, Herr Bauer has never been in the room with a beautiful woman. Suddenly, he looks there. She's looking at him. Frau Bauer is in love with Marlena. Meanwhile, Frau Bauer sees Clark Gable, huh? Now, for you, Frau Bauer. Okay, but it's too hard to go to the cathedral of the theater. We need a machine of Rauch that can be in the home like an appliance, like a stove. Ah, yeah. Television. Television. There's the great instruments of Rauch. Herr Bauer comes. He has all these channels. One billion. There are not one billion people making love. There are only one billion people leaving. They're watching television. Television is the reality of the 20th century. But the problem is, who controls the screen? Heuter, the screen. Morgan, das universe. Who controls this, who controls this screen controls the mind of Frau Bauer and Herr Bauer? KGB, ABC, CIA, Deutsch, Westdeutsch, Rundfunk. Who controls for freedom, for the future, we must have a Rauch machine that Frau Bauer and Herr Bauer can have. there is the machine that will let Frau Bauer, Herr Bauer, put their Rauch into the screen. There is the, the Amiga, the Amiga is the machine of Rauch. So, we will find Herr Bauer, Herr Bauer, where's Herr Bauer? Otto Bauer, comes, comes to, comes, comes. Ja, ha, ha, ha. Arthur Bauer! Ha, 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 ha. Mr. President! Ah, yes. Okay. Sitzenzie. Now, Otto, would you like to be... Would you like to be a movie director? A movie producer? Of course. It's my dream. Your dream come true. Okay. Now we make a... You want to make a movie, a love movie, huh? Yes, I can. Ja, du, Little Otto, kann man einen Film machen. Jetzt, Otto, wer willst du, Marlena Dietrich oder die Frau in der Film? Clara Bow, wer willst du? Nathalie Delon, wer willst du? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe! Wenn es möglich ist. Marilyn Monroe, immediately! Voilà! Marilyn Monroe. Für mich. Für mich. What more do you want to see of Marilyn, huh? You decide. Otto decide. She's the director. The mouth. Otto wants to see the mouth of Marilyn Monroe. A close-up. Okay, good. Look at that. Is that good? More, huh? Otto. She wants me. She loves you. She's gonna kiss you. She's gonna kiss you. Otto, she loves you! Now, you want for a man. Who do you want? Clark Gable? Stallone. Stallone. Sylvester Stallone. A little bit like me. Like Rambo, huh? Okay. Okay, we give you... It's not possible, I suppose. Think, think. Ah, voilà. Excellent. There's your hero. Now, you have made a movie with Marilyn. And Sylvester Stallone. It's a good one. Do you like it? Do you think it's possible... Maybe it's too simple. Do you think it's possible to... Have a still Sylvester Stallone, but with the mouth of Marilyn? You want... You want a nice juicy mouther, huh? Okay. You're the director. All right. We take, uh... You take Marilyn's mouth. Roush! Oh, man, I feel drunk. Okay, now, we make the... You make the movie. We get the movie moving. Okay. We, uh... Okay, there's the movie. Slice Stallone by Otto. I want to thank lyrics. This is a wonderful experience. I want to thank you very much. And may you live full of Roush. Thank you. And may you live full of Roush. Yes.